Los, flieg da hin, Sklave. Okay, Stasi. Dann halt dich halt ein bisschen bedeckt, so nah musst du auch nicht bei mir sein. Abstand wird uns guttun. Nein, ich will ganz nah bei dir sein. So, bleib so ungefähr jetzt in der Position. Jetzt übernehme ich den da, der da steht. Den ich nicht übernehmen kann, weil da der Wrestler drin ist. Okay, dann nehme ich den hier. Und jetzt hole ich ihn gleich. Boah, ich bin schon wieder down. Okay, geh wieder hin. Guck nochmal dahin, oder? Ja. Komm her, du blöder Wrestler. Du mieser Fettsack. Ey, warum bin ich denn immer sofort zerstört? Weil du nix kannst. Wollen wir tauschen? Ja, keine Ahnung, wie man tauscht. Komm, jetzt geht doch down. Der hält richtig viel aus und ich brauche einen Treffer und Feierabend für mich. Oh Gott. Stirb. Ich bin wieder tot. Noch ein Panzer. Ah, da unten der letzte hier. Jetzt muss ich aufhacken. Ja, ich versuch's. Aber der hält sauviel aus. Autsch. Ich rauch schon wieder. Der hält immer noch halbes Leben voll. Warum bin ich jetzt schon wieder down? So. Einfach so. Spontan explodiert. Warte, hier unten ist einer. Der ist aber auch schon halb kaputt. Egal, ich kann ihm keinen Schaden machen. Der muss schon was anderes machen vielleicht. Nee, hier steht doch, ähm, wir sollen den Panzer zerstören. Aber irgendwie will der nicht so richtig. Er ist fast down. Ich bin gespannt, was passiert, wenn der letzte kaputt ist. Ja, dann ist vorbei. Na also, Gott, der letzte hat gereicht. Ja, Junge. Ja, wahrscheinlich hättest du's gar nicht geschafft. Jetzt bin ich auch schon mal geschafft. Halt die Klappe. Hätes. Halt die Klappe. Oh, mein Gott, quippe dich, B***h, und schaue deine Maske auf. Wenn du durch die walkenden Apocalypse gebrochen möchtest, werde ich dich glücklich verabschieden. Oh, yeah. Oh, yeah. Den werde ich für uns beide zusammenschlagen. Den machen wir beide platt, oder? Nö, du darfst zugucken und sagen, oh, hoffentlich schafft das, oh, hoffentlich schafft das, während ich ihn zusammenschlage. Ja, und dann kläglich dran scheiters. Ich kaufe mir hier mal die Bekanntheit bei den Lutsche-Doors. Was willst du lutschen? Zack, 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 zack. Warum kämpfen wir jetzt schon wieder gegen uns? Ja, wir haben einen neuen Auftrag, ich nehme mal an. Komm, spring rein, kurzi. Äh, bunch of birds? A convoy of planes, all accompanying a Stag-Cargo-Leader. Ach, das ist schon irgendwie, das ist immer lustig. Das wird mir halt. Oh, der ist auch eine Gruppe. Also, wir schießt auf uns. Ja, wahrscheinlich der Gegner hinter uns. Warum ist er hinter uns, ey? Wir müssen ihn abhängen, indem wir hier einfach ein bisschen Amok fahren. Guck mal hier, wow. Die wissen, wie es geht. Der ist mal an. Wow. Der eine brennt, der andere ist runtergefallen. Ist ja übel. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Guck, da ist er schon wieder, ey. Ey, der eine, der ist eben hier... Autsch. Ist oben drauf. Guck mal, der hier. Was der hier macht. Geht in den Vorgarten rein. Oh, der brennt. Ah, wir müssen da lang, aber... Die sind alle kaputt, nur nicht wir. Ne, unser... Unser... Karre, guck mal, wie die aussieht. Wir müssen umsteigen in den Smart. Komm. Ja was, wir sind schon im Smart. Das hier ist aber ein richtiger Smart. Komm, spring rein. Dann wird der noch smarter. Den machen wir jetzt noch smarter. So, jetzt machen wir aus kompakt. Mega kompakt. Ja, der ist schon relativ kompakt. Naja, aber das geht noch mehr. Der steigt gleich aus. Der hat keinen Bock mehr. Guck mal hier, wie er mit den Türen flackert. Wie so ein Elefant. Ey, ich glaub, die werfen Granaten. Flacker, flacker, flacker. Irgendwie verliert er gerade an Geschwindigkeit. Der kleine Dumbo. Das geht mit dem ab. Wir sind jetzt in der verbotenen Zone. Ich glaub, wir müssen da runter. Soll ich mal runterkrachen? Nein! Nein, okay. Okay, es klappt nicht. Es klappt nicht. Was war das denn? Ich wollte... Oh! Wir müssen wechseln. Der hält halt auch nichts aus. Nee, der hält nichts aus. Komm. Spring rein. Spring rein. Du scher. Warte. Solle. So, wir haben was Neues. Das ging ja schnell. Oh, woher kommt denn der? Außen nichts kam eben den Outarts gesehen. Irgendwie fehlen. Irgendwie fehlen ja gerade wieder die Fahrzeuge, ne? Ja, irgendwie schon. Du fahrst, glaub ich, zu schnell. Ich fahr zu schnell für das Spiel. Ja. Ja. Hey, hier kommen plötzlich wieder Autos. Ja, außen nichts. Oh, guck mal hier. Mondstadt. Mondstadt. Final Destination. Nein, wir brechen. Lebst du noch? Nee. Ah doch, ich leb noch. Ich leb noch. Ich hatte nochmal Glück. Komm, wir nehmen gleich die Karre hier von denen. Abmarsch. Da steht immer die Karre, ich verrat, ey. Die raucht aber schon. Die steigen raus und wir steigen ein. Ja, der ist schon voll langsam. Ja, der ist richtig lahm. Wow. Gar nicht gut. I'm a badass. Badass. Guck mal hier, das Haus, das brennt. Das Haus brennt. Oh, wir brennen auch. Wir brennen. Warum sterbe ich hier mal? Weil du zu langsam bist. Keine Sorge, ich helfe dir auf. Guck, da steht schon wieder einer. Aber der brennt. Ist das ein Haus brennt? Komm, hier. Ja, das hier. Das hier, das Friendly Fire. Ach, das ist ein Flammenwerfer. Aber es röstet das andere Haus nach. Wie eben. Das brennt. Wir rauchen ja schon wieder. Wir müssen noch da durch, ne? Wir müssen noch da durch, ne? Ähm, wir hätten eigentlich links müssen. Ne, bei mir steht gerade aus. Jetzt musst du mir helfen. Ich stecke im Boden. Im Boden. Ich stirb mir jetzt nicht weg. Ich bin über dich drüber gestolpert. Warte, die sind alle Schrott. Wir müssen was Gutes nehmen. Da. Warte, lass mich fahren, lass mich fahren. Du fährst immer wie ein Mädchen. Ach, Mist. Ich bin auch ein Mädchen. Ich steig aus. Mir wird zu schwul bei dir. Ja, Junge. Du fährst mir einfach zu schwul. Oh nein, Fuzzi. Was soll das? Komm, hier geht's lang. Oh, das ist ein Motocross-Bike. Jetzt geht's ab hier. Ja, dann komm. Mist, wir sind wieder am Platten. Ich brauche Platten. Ui. Ist eigentlich voll unrealistisch mit dem vorderen Platten Motorrad fahren, aber egal. Warte mal, ich kann hier was kaufen. Das kaufe ich mal schnell. Fahr doch nicht zum Missionsding. Ich will hier erst einkaufen. Wo ist es hin? Ah, da. Rimjobs. Aha. Hey, der hat mein Auto geklaut. Ah. Na dann. Wieder auf Kurs. Guck mal, da ist ein kleiner Junge. Weg ist er. Wow. Du bist so böse, Junge. Komm, ich bin schneller. Bleib mal kurz stehen. Bleib mal kurz stehen. Nö. Bleib mal kurz stehen. Nö. Yes. Wie ich noch in mich reingekracht bin. Schon wieder springen. Ja, sowas könnte ich aushalten. Wahrscheinlich steht jetzt gleich da wie der belebe deinen Partner Fuzzi. Schlecht. Jahr sprayed. Musik. Sie können ja, sowas stattfinden.